Hallo, es geht weiter. Und zwar... Keine Ahnung. Hoch. Oh! Ah! Hier geht's ein bisschen weiter. Ach, da sind wir jetzt. Den kann ich auch hier lang. Wir brauchen noch so ein paar Geister, die uns helfen können bei sowas. Ja. Es wird schon noch. Dann müssen wir mal schauen. Hallo! Nur, ich weiß immer noch nicht, ob ich die ausrüsten müsste auf ihr. Oh! Oh! Hallo! Oh! Hallo! Hallo! Haha! Welp! Tipp! Tschüss, Vox! Hm. Easy. Haha! Gerudo-Tal. Manchmal geht die Holzbrüche kaputt. Super. Dann braucht man Epona, um drüber zu hüpfen. Oh! Neuer Kämpfer und ne Truhe! Hallo! Oho! Walko, der nächste Vogel! Und natürlich! Natürlich! Wieder drei verkackte Villager und Isabelle ist dabei, man! Also... Zwei Villager und Isabelle! Ich will Isabelle als Charakter freischalten! Die ist voll toll! Ah, die Musik ist ja schön. Hallo! Aua! Oh! Hä? Da wurde doch angezeigt, dass die noch kommen. Oder nicht? Ah! Die kommen danach! Ich verstehe! Ach! Ist das so ein Hausbesuch oder so? Ja! Den Schützchen nicht kaputt machen, glaube ich! Pau! 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 Mh! Aua! Aaaa! Lass mich mal! Jetzt geht's ab! Oh Gott! Nein! Die sind super krass! Ich seh schon! Gegen die würde ich gar nicht kämpfen! Warum hat der? So, ich lasse eine Lase-Kanone! Pau! Äh! Kommt doch... Oh Gott! Sehr stark nervig! Und die sind alle fast vollgehalten, wegen diesen Scheiß... Essen ist überalles! Pau! 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 Einfach nur Smashes! Und jetzt geht's ab! Hoffe ich. Scheiße. Sorry dazu. Okay. Die sind so Aua. Die machen so Aua. Die sind alle so fies. Aber nur wegen meinem Geist. Ich will meinen Geist wieder hochleveln. Aber ich will ihn nicht so holen. Ich will eigentlich mit dem Schoen gewinnen. Einfach nur für die Belohnung. Ich will mehr Items. Aber ich muss hier einfach nur so schnell wie möglich auf den Kollegen rauf. Und ihn umbringen. So. Oh. Oh. Aua. Komm her du Drecksack. Weg mit dir. Oh. Wat? Ich habe keine Ahnung wie der gerade diese eine Smash ausgekommen ist. Also das war schon ein Smash. Aber eigentlich ein Double Smash. Huh. Komm her. Wetter. Wetter nur. So viele. Au. Eh. Ich muss euch nur Edgegarden. Au. Oh. Wow. Fast verrückt. Huh. Ich will nicht. Oh, ich will mir irgendwie. Scheiße. Was ist das? Oh, Mann. Die Kämpfe hier werden immer krasser, Mann. Oh. Ah. Ist auf jeden Fall ganz lustig, der Story-Modus. Und? Eigentlich mal so wenig herausfordernd. Bewegt den Fettasch hierher! So. Ach, dumme Scheiße. Ach, Dreck. Ich muss ihn irgendwie da wegbekommen. Falco, du Dreck, sag du Dreck, Vogel, du! Ich mach die schon auch kaputt, auch wenn ich gerade weggeputzert werde, eher. Puh! Unglaublich, Mann. Oh, wie nervig! Ich will hier weg, Mann! Ich muss, ich muss Falco ganz am Anfang irgendwie direkt von der Stage bekommen, wenn ich das schaffe. Easy peasy. Dann gibt's nur noch drei supernervige, bitteschön, Heinis. Aber das sollte doch in Ordnung sein, oder? Wupp! Aber... nicht ganz das, was ich eigentlich geplant hab. Ach, Dreck. Ah! Komm her, Falco! Oh! Hoppala! Au, au, au! Ich hab schon wieder so viel Prozent, Mann! Aber ich muss hier auch einfach den Charakter wechseln. Aua! Und hier oben! Aua! Aua! Uh! Übel! Bist du was? Nein! Die können mich mal kreuzweise! Ich nehm' anderen Charakter! Mir nehm' ich wahrscheinlich viel Erde abscheißen werd'. Aber... Der Versuch ist es mir wert. Wir müssen ja weiterhin mit Marv besser werden. Der ist ja nicht umsonst voll sexy, Mann! Ey! Der ist voll krass, Marv. Super krass, Mann! Ich hab' auch nen nachteiligen Kampfgeist-Typ. Ist wahrscheinlich auch ein großes Problem. Wenn man so drüber nachdenkt. Aber ja, gut. Man merkt, dieser Pisser... ...hat nen Verteidigungsgeist, oder was auch immer. Bleib' mal still, ey! Oh! 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 What the fuck? Isabel, du! Snudel! Komm her! Aua! What the fuck? Nein! Oh! Oh! Stark nervig, Mann! Oh! Oh! Ich weine nicht! Ich muss wahrscheinlich doch... ...den Geist wechseln. Sonst wird das nichts. what the fuck ah na gut dann halt den geist so was ist denn stark gegen ich habe nicht so ganz aufgepasst wenn ich den hier nehmen ist es dann vorteil das ist einfach nur neutral als wir mal sehen wie groß der und dass den unterschied machen ob ich jetzt die voll weg nudel auf einmal ich glaube die sind doch schlechter geworden die sind nicht mehr so aggressiv also es wirkt viel einfacher habe ich wohl etwas zu früh gesagt ach ich bin da oh gott was passiert was so viel weg mit euch okay der kampf ist einfach nur allgemein super krass hilfe ich werde weg gekämpft und diesen dreckigen village hat einfach überlebt heilige scheiße man die kämpfe haben es in sich box scheiße wenn ich so nutzlos hätte ich es jetzt geschafft dann kommt halt leider die isabel und stört sehr stark Leute die 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 de die das die spiken ein halt auch voll krass hat der pisse halt sich so schnell ich will nicht mehr ich sterbe hier ich habe keine ahnung wie mache ich das am besten ich meine natürlich der plan ist immer noch da falko ganz am anfang von der stage springen und dann ist er tot das ist halt leider nicht so einfach aber dazu muss man nicht so nutzlos sein wie ich das war Ja, nur. Einfach nur smashen. Oh Gott. Huh. Oh. Einfach nur smashen. Sonst schon irgendwas machen. Aua! Aua! Aaaaah! Ufff! Wuh! Ah, nein, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier! Hin, oh! Immerhin hab ich... Vielleicht überlegt? Uh! Uh! Oh! Ach, du Scheiße, Mann! Merk mir dir! Aaaaah! Fein! Fast so knapp, Mann! So knapp! Also... Ich hatte dir schon auf relativ hohen Prozent, okay? Ah, ich weiß, ich swear, wenn du nur smashes, aber irgendwie... Das ist das Einzige, was dir hilft, Mann! Komm her! Leck mich! Falco! Wuh! 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 Komm schon, bleib beruhen! Nein! Wuh! 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 Willkommen kann doch nicht sein mann wenn es so weiter geht brauche ich für jeden Kampf eine folge Nächster versuch Der erinnert sich irgendwie Fack mich Scheiße Puh Ah Ich werde verrückt Es ist falsch Es ist eine Decke Ich kann bei dieser scheiß Decke nicht angreifen wenn ich doch muss auf dem Boot bleiben Aua Gott fucking dammit Das triggert mich mann Äh Lass mich Kämpfen Ich habe ihn auch fast Ich habe es fast geschafft Was habe ich ihn weggenudelt? Ganz am Anfang Das muss ich schaffen So Fucking warum hüpft der? Ich bin nicht gehüpft Ich schwöre es Komm her Es kann doch nicht so schwer sein, Mann Wenn er so weitergeht Muss ich Mario spielen Und hoffen, dass ich ihn einfach Meteor Also weg Meteor Ich bin auch nicht sicher Habe ich das dann direkt überlebt? Uh Ich bin nutzlos Komm her Scheiße Komm her Natürlich Was ist der Magnetende, du Drecksack? Bist er dich tot? Du Pisser Ha Holy fuck Holy fuck War das anstrengend Ja man Okay Ich dachte Ich muss jetzt noch den anderen Scheiß schaffen Also die drei anderen Heinis wegmachen Wow Tolle Belohnung Holy moly Das war echt anstrengend Viel zu anstrengend Mann Hier Ich weiß nicht mehr Ob ich den Scheiß will Ich meine Ich meine Also ich Ich weiß gar nicht Ich meine Luftangriffe verbessern ist natürlich super toll Ich glaube ich gehe einfach mal hier lang lang Einfach nur hier irgendwo weiter Das hört sich gut an Und dann Oh moly Holy moly Nonono Dann kann ich jetzt gleich mal die Folge beenden Hier ist unser coole Kollege Wir haben auch irgendeinen Ass Heini bekommen Macht die Mungegen einschlafen Durch Schlafböden Oder Angriffe Holy shit Schlafböden Ekelhaft Warum gibt es sowas? So Jetzt nicht mehr Leichtstärke Angriffe mit den Armen Ja ich meine Wir benutzen ein Schwert meistens Also bringt es nicht viel Ich weiß nicht Vielleicht ja doch Oh Mann Ich würde sagen Ja doch Wir nehmen den einfach so Wer weiß Und dann beende ich jetzt die Folge Nicht vergessen Discord zur weiteren Beschreibung Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao